Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Glossy Box im Monat März. Machen wir mal auf. Dieses Standard Design. Machen wir mal raus. Ihr seht, also jetzt sind wieder ein paar Flyer mit dabei. Der Code. Falls einer sich da anmelden will. Brauche ich nämlich nicht. Hier habe ich schon mal Möxeln bestellt. Das war gut. Also wer das haben will. Der Code. 10 Euro. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich. Und HelloFresh. Hört sich immer interessant an, aber ich habe ja jedes Mal. Mal gucken. Fokus. Das ist so klein geschrieben. Ich lese mal V. Großes A. 4, 6, 5, 7, Strich 4, 0, 2, 5. Bei HelloFresh. Falls einer möchte. Eine Box 25 Euro. Zwei Boxen 15. Drei Boxen 5. Vier Boxen 5. Steht hier. Und dann könnt ihr euch gerne. So. Ich mache mal raus. Ich mache mal den Deckel hier hin. Wenn das stehen will. So. So sieht das Magazin aus. Die Produkte. Da sage ich euch wieder die Preise an. Dann fangen wir mal hier mit dem Nüssig. Mal aufmachen. Ich schneide mal ein Stück zurück. Folie muss ich aufmachen, ob meine Katze nicht kommt. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ich mache immer Folie. Oh. Sehr schöne Töne. Das ist eine Limited Palette und kostet Originalprodukt. Ist das 41 Euro. Haben sie sehr schön gemacht. Und bin Namensnennung hier auch von den Produkten. Dann haben sie hier einen Pinsel. Lottie heißt. Lottie London. Da blendet sie. Ein sehr schöner Pinsel. Ein sehr schöner Pinsel. Find ich. Achtet nicht auf meine Fingernägel. Die sehen meistens Katastrophe aus. Dieser würde kosten 5 Euro 49. Sehr schöner Pinsel. Kommt zu meinem Pinsel. So. Dann haben wir hier einen Pinsel. So. Dann haben wir hier ein... Das ist... Das ist... Ich muss mal schnell lesen. Das schert nicht auf. Morgens und abends eine halbe Fingerspitze entnehmen und auf die saubere Haut Augenbereich auftragen. Das sind 20 Milliliter und würden kosten 5 Euro 29. Ist eine... 30 Milliliter würden kosten 9 Euro 49. Sehr schönes Produkt. Achso. Das sind 12... Wir haben die Creme. Diese Augencreme. Und dann wird es noch ein Serum geben. Also etwa das oder das andere haben sie in der Box. Ich muss immer gucken, dass ich euch die Produkte sagen kann. Dann haben wir von Belou ein Duschschaum drin. Es sind 75 Milliliter. Würden kosten 3 Euro. 95 Milliliter. Und zwar ist das Silber Sparkle. Ich habe den glaube ich auch da. Aber ich mag Belou. Das kommt zu meiner Sammlung. Und als letztes Produkt haben wir hier von... Eine Handcreme. Das sind... Steht hier... Das sind 10 Milliliter, denke ich mal. 3 Euro 50 wird die kosten. Ja. Bin ich mal gespannt. Habe ich noch keine... Nach Citro... Aroma... Soll die riechen. Werde ich an der Seite packen. Guck mal. Guck mal. Diese... Wird mich ja zusagen. Diese Box macht glücklich zum Muttertag. 21 erfüllt. Mal gucken. Die sieht interessant aus. Ich bin zwar keine Mutter. Und abrühren sie. Bin ich mal gespannt. Und... Ja. Ich bin eigentlich... Was drin sein sollte. Ja. Zufrieden. Von Kneipp habe ich... Ich habe Badezusätze. Ich hole mir mal wieder welche von daher. Na vielleicht das... Coffee... Coffee Store. Hätte ich lieber gehabt. Zum Testen. Statt... Vielleicht... So... Die Handcreme. Naja. Aber ich habe hier eine schöne Box. Im Gegensatz zu... Die anderen. Na ich mag die jede Box. Ich habe die ja noch nicht so lange. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.